Also, du weißt ja, wenn nötig, könnt ihr erstmal bei uns bleiben. Sieht ganz aus, als wäre deine Pension total überfüllt. Ein Wort von dir und ich werde unsere Flüchtlingskits mit Vergnügen auf die Straße setzen. Schon okay? Ich brauch keinen Schlafplatz. Ich bin in die Familie, über der ich arbeite, um ihr Gäste zu machen. Ich kann Körper mehr aufnehmen. Ja, das kannst du. 20 Zentimeter Männlichkeit. Schwarz. Voll auf Kurs, kapiert. Voll auf Kurs? Ich hab deine Windeln gewechselt und ich weiß, dass dein kleiner Pillermann nie aus Schokolade gewesen ist. Mir geht deine Blackie-Nummer auf die Eierstücke. Du glaubst, deine Cornrows machen dich zu dem Schwarzen? 400 Jahre Unterdrückung machen einen schwarz. Und wenn du weiter auf Möchtegern-Blackie machst, dann steck ich dir eine von deinen blöden Knarren in den Arsch. Verstanden?